wo ist unser Auto langsam so ist aber gar nichts so ist ja gar nichts Oh die Gelbhelme, die Weißhelme Ne, bist schon bescheuert oder was? Der Sprengmeister steht neben dem Ding, du Idiot Das sind die von der Baufirma und so, oder die Gärmeister oder sonst abriss Bist geschützt? Hast Gummi an? Hör doch, ich bin ein ganzes Fahrrad Ey, du schmerzt so eng Ja, da hinten zwischen der Beem steht denn er So, das blaue Ding zwischen der Beem Ja Ich will das gar nicht Muss ja anders gehen, Schatz Weil ich zu klein bin Sind jetzt fortgerannt oder was? Seid man mal zwei, oder? Ne Wir müssen ja eh doch ohne Geld heute gehen Jetzt hau das Ding mal weg Hallo Hallo Ah, dass der Giel das macht, ne Nicht doch nicht Das ist eine Maurerfirma Ey, wenn du jetzt schon Wenn du jetzt schon denkst, ne Dass die Leute sich schon seit halber zwei, ne Stille dabei stehen Für dich das angucken Und dass sie sich noch bis 6 Uhr ziehen kann Ist nicht spannend, ne Ja, ich schalte es mir an, aber auch hier zu langsam Jetzt gehts los Ben Komm Es gibt einen ganz lauter Knall Gleich Bist du schon mit deinem Guck mal, wie es halt ist? Nein Jetzt Huch Das war er nicht, das würde hin Feuerwerkskörper Das war er Jetzt Wir sehen uns Und es ist Harf du geschehen? Was das habe ich gesehen?